Hallo, herzlich willkommen, ich bin die SantexWookie und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal, wir spielen Rainbow Six Siege und an der Mission, muss ich zugeben, hänge ich ein bisschen, das hat etwas gedauert, also ein paar Anlüfe gedauert, wir spielen das Ganze auch schwer und ja, entweder ist der Geisel ist die Geisel gestorben, nicht die Geisel, die Leute, die Person, was wir schützen müssen, oder Dankeschön, oder ja, oder ich bin gestorben, ein zum Balken, wir können hier so Gasbomben hinschmeißen, die Wasser nach mit LB zünden kann, wir können C4 schmeißen, was man mit RB zünden kann, wir können so komische Türen machen, hier die dünnen und wir können auch feste Türen machen, ich glaube begrenzt fünf Stück haben wir insgesamt, es sind drei Runden und in jeder Runde musst du die Leute ausschalten, die was von allen Seiten kommen können, man könnte auch Löcher in die Wand machen und durch die Wand raus schießen, aber die kleine MP, die ist sehr, da kommt der geflogen, sehr ungenau, ganz kurzes Magazin und die Schrot ist zu langsam im Laden und so weiter, deswegen halte ich mich lieber draußen auf und hoffe zu überleben. Ja, das dazu und wir haben gleich mit der ersten Mission angefangen, weil die habe ich schon geschafft und dann habe ich aufgehört, deswegen war das jetzt erst die zweite, das ganze machen wir dreimal und dann müsste das auch schaffbar sein, eigentlich jetzt. Die Geisel verteidigen, ich wünschte ich hätte hier gescheite Waffen aufheben können, aber leider geht das nicht, vier verbleibende Feinde, wenn sie reinkommen, die haben die Geisel gefunden, wenn sie reinkommen, macht die die Geisel kaputt und dann ist das vorbei, da steht einer. Also ich muss zugeben, aufs Schwer habe ich schon ein paar Anläufe gebraucht, aber so leicht war das jetzt nicht. So, jetzt kommt die letzte Welle, da bin ich eigentlich, da bin ich die ganze Zeit gestorben, das habe ich meistens nicht geschafft. Das sind die massiven Türen, was man machen kann, da kommen sie zwar auch rein, aber nicht so leicht wie durch die anderen. Durch die anderen sind da so Pili-Pali-Türen da, die Dinger da. So, jetzt bin ich müde. So, jetzt hat noch viel, viel Leute und dann war es das, da kommt der erste. So, jetzt geht der nicht durch die Tür, warum will der durch die Wand, der Vogel. Jetzt hat andere Seite noch zwei. Jawohl, und da sind sie. Ja, das war's, Mission erfolgreich, hat paar Versuche gedauert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, viel Spaß noch. Ciao, euer Woke. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020